hallo und herzlich willkommen im reich der pflanzen es every day we do it jeden tag wasser wechseln ganz wichtig damit unser schätzchen nicht anfängt zu faulen hier und er verbraucht auch wasser also schon knapp man könnte sagen ein viertel ungefähr von dem was ich gestern reingegeben habe war tatsächlich weg gewesen ist ganz wichtig dass wir hier also weiß bescheid kennen wir ja okay damit wir die pflanze dementsprechend unterstützen und sie wieder zum wachsen anregen damit wir sie irgendwann wieder einpflanzen können so ein paar kurze kleinigkeiten schauen wir uns mal kurz den kandidaten an hier das ist unsere kakaopflanze knapp über die hälfte wassers verbrauch das wasser als glas klar ich werde jetzt in dem zuge mal eben was dazu gießen wenn wir schon mal offen haben und das gesehen haben in dem sinne und hier haben wir jetzt mit einmal drin aber kurz messen damit auf sicheren seite sind und dazu kurz erwähnt wir handhaben das jetzt tatsächlich grundsätzlich so knapp 960 mikrosiemens grundsätzlich so dass wir die pflanzen kontinuierlich auffüllen mit dünger also nicht mal nur reines wasser oder mal dünger sondern kontinuierlich auf ein bestimmtes niveau im verhältnis dementsprechend weniger als in der regel angegeben ist auf der dosierung bei dem compo complete was wir verwenden damit die pflanzen kontinuierlich versorgt sind nicht einmal kräftig dann wieder gar nicht wieder kräftig ja gar nicht das haben wir nun mittlerweile schon gelernt das mache ich gleich alleine also das klappt genial glasklar das wasser richtig cool so und da kommen auch mal kurz das blatt sehen was sich jetzt neu entwickelt hier auch wunderschön erwachsen ist es auch so richtig herrlich in der selbstbewässerung geht es ist so genial anzusehen dass das so einfach funktioniert und das war übrigens nicht das war nicht das war kein steckling das war eine pflanze aus samen gezogen damals ja so dann kommen wir zu dem thema was mich eigentlich brennend interessiert das ich jetzt auch auf instagram schon angetickert in dem sinne moringa bei der werden wir jetzt noch nichts machen die hatten wir vor kurzem zurückgeschnitten aufgegessen wieder wachsen lassen wir hatten sie vor kurzem etwas höher aufgedünkt ich glaube bei 600 circa war das gewesen 600 micro sieben ist auch hier mit dem compo complete da bleiben wir jetzt auch bald weil alles einfach geil wächst damit von daher ist das dann auch da könnte auch bald wieder wasser rein der hat jetzt noch 600 siehst du wohl 600 aber ein bisschen ja bisschen zeit hat er noch weil dann müsste ich das jetzt wieder ändern von der dosis her so das heißt moringa wir haben noch die große die hole ich jetzt gleich ran ich habe sie noch nicht geholt weil die fällt dann um die ist einfach stark nach oben gewachsen kräftig aber auch aber bildet keinen dicken stamm aus und ist auch bei der moringa bei vielen anderen pflanzen auch so jeder samen im prinzip sämling dann wächst ganz anders als die anderen in dem sinne manche machen schwächer wachsen schwächer manche wachsen stärker manche gehen eher die höhe manche machen eher dicken stammen das kennt man auch von vielen pflanzen auch von bäumen die wachsen alle relativ unterschiedlich auch wenn sie gleich aussehen in dem sinne wer das genauer beobachtet wird das mit sicherheit schon gemerkt haben so das ding wächst mit zu hoch und wir wollen ja auch gucken wie es denn ist wenn wir sie zurückschneiden das haben wir gesehen klappt ne dass wir sie klein halten oder regelmäßig beernten denn die moringa essen wir ja weil sie gesund ist deswegen machen wir das ja auch okay was ich hole sie jetzt hier hin und dann schneiden wir sie zurück weil sie wechseln mir über den kopf und das geht gar nicht und von daher da wir jetzt gesehen haben dass es geht machen wir das jetzt einfach mal ausprobieren wie wir gesehen haben es läuft also machen wir das jetzt auch bei der großen moringa so bevor wir das machen zeige ich die bilder jetzt noch mal kurz hier hier haben wir nämlich unseren zierkürbis stehen bekommt jetzt das zweite blatt die andere blätter sind die keimblätter und ein zweites schätzchen ist hier herausgewachsen tatsächlich nachträglich noch auch schön an zu stehen unter der maiz die led ich hoffe das bald wärmer wird draußen das war jetzt will er wieder nicht mal langsam sachen draußen machen können mehr das juckt echt in den finger so hier ganz kurz gezeigt bunika granatum nanawald ja mal gucken ob heute zu kommen muss ich sehen weil ich kann nicht so viel versprechen versprechen immer und dann schaffe ich es nicht ja kakao ist eine coole sache dass das so einfach funktioniert ja das ist heavy richtig genial vor allem jetzt in der selbstbewässerung es lohnt sich wirklich so okay dann kommen wir jetzt zu der moringa zu der na komm lass stehen weiß bescheid da unten dort steht der topf ja sie ist mächtig groß geworden ich schiebe jetzt mal höher damit wir das vielleicht im ganzen bild sehen und dann schleiche ich mich dahinter mal durch zu der moringa ja ist schon coole schätzchen aber wie gesagt die wird mir jetzt einfach zu groß und das ist ja ist nicht der burner in dem sinne möchte ich nicht so hier oben ist sie angekommen sieht wunderschön aus schönes kräftiges grün aber ich nehme jetzt einfach mal weg über die steht hier an der mandarine so ein bisschen dass sie nicht umfällt ist also schon heavy was heavy heavy was hat schätzchen gewachsen ist aber wie gesagt hat einen dünnen langen stil hier und das bringt es überhaupt nicht das ist ich schneide es erstmal pauschal hier ab dann gucken wir gleich mal was wir genauer damit machen dann holen wir sie uns gleich in den anderen raum hinein um mal zu gucken was damit sache ist ne und auch mal gucken ob wir sie vermehren können oder nicht wir haben schon ein weichteil damals haben wir schon mal ein weichteil schon mal ins wasser gestellt hat nicht funktioniert ich nehme das jetzt mal mit den das erste mal stehen wohl gleich und dann schauen wir mal was wir hier mit machen können vielleicht ne mit dem teil wahrscheinlich nicht das ist mich noch nicht wirklich für holz aber wie heißt es schön probieren geht über studieren gucken wir mal was damit machen können oder auch nicht okay so ist das mancher muss man überlegen wo man was hingelegt hat ne so pass mal auf den oberen teile habe ich schon mal abgemampft die blätter sehen auch noch richtig gut aus hier im oberen teil richtig kräftig grün die unteren blätter hier bei der pflanze die sind schon leicht gelblich das ist aber normal bedingt alleine dadurch dass eben das ganze ja mehr oder weniger dunkler stand ne was machen wir jetzt damit der obere teil ist weich da machen wir gar nichts mit hier ist auch noch nichts für holz ich werde jetzt mal unterhalb eines blattes etwa zwei zentimeter darunter das abschneiden dann nehmen wir den blattstiel ab das bleibt immer komplett ab wir nehmen alle blätter ab das ist sowieso kann ich die gleich noch essen in ruhe es wird wohl nicht viel bringen auf den einen hier den letzten den kinder sei es nicht der letzten ersten in dem sinne mit dem werden was versuchen den stellen wir hier schon mal rein ja kommt immer den nächsten auch noch der ist noch etwas härter aber es hat sich gezeigt beim letzten mal dass wenn die weich sind sie sich nicht bewurzeln lassen ist hier nicht mehr viel drin aber sollte wohl erst mal ausreichen ja siehst du reicht noch wenn auch hier rein das wasser und da können wir jetzt etwas beobachten was ich jetzt schon beobachtet habe aber ich leider nicht gezeigt habe und zwar sehen wir dann wenn es soweit ist so dem werde ich jetzt auch noch weiter zurückschneiden hier ist cool wenn du arbeiten wirst kannst du nicht mal ein bisschen wampfen und dann auch noch was gesundes so pass mal auf wir werden ihn weiter zurückschneiden denn ich möchte ja dass der stamm dicker wird deswegen habe ich nicht auch wachsen lassen ganz klarer fall aber er ist nicht wirklich dick geworden und wir haben bei anderen pflanzen schon gesehen auch wenn man sie zurückschneiden dass sie mit der zeit trotzdem dicker werden ich würde sagen so auf dieser höhe ungefähr dann haben wir auch ein bisschen verholztes was wir verwenden können warte mal muss ich aber die andere schere oder irgendwas nehmen habe ich jetzt gerade nicht hier liegen was aber ich mach mal eben den draht ab und das ist gleich so eine fummelei wenn ich da das abschneiden und dann den draht machen will ne von da machen wir es jetzt mal zuerst läuft akku noch so ok also wir gehen wirklich bis ins ja relativ verholzte teil ne so siehst du wohl da ist da oben auch noch ein draht drin ich kann ich gesehen gerade so siehst du wohl dann haben wir schon mal kräftigeres stück was wir dann gegebenenfalls zur bewurzel bringen können weil warum ist mir das so wichtig in dem sinne ja natürlich um zu wissen ob es geht und b wenn wir jetzt eine pflanze haben die besonders gut wächst also von vornherein dicken stamm macht ne von natur ausgegeben bei dem seemling der pflanze in dem sinn wenn das gelingen wir so eine bekommen dann können wir die natürlich dann vermehrt ne und das wäre das geilste überhaupt wenn das uns gelingen könnte und von daher wollen wir gucken so ich schneide jetzt auch hier einfach nur stücke ab so etwa mal gucken pi mal da machen wir das jetzt einfach ich würde erstmal hier reinstecken und dann können wir beobachten was da passiert so hier nehme ich jetzt auch mal ein stück wo ich nicht unterm auge her schneide dann einfach mal ne was bescheid kennst du schon so man ich bin so gespannt darauf ob das klappen könnte vielleicht in dem sinne ne so auf vielleicht kann man ja auch steckholz in dem sinne von machen aber dafür sind sie noch nicht in dem sinne reif genug ne pass auf rein damit also wir haben jetzt welche mit wo direkt unter dem auge abgeschnitten haben und ein paar dementsprechend eben nicht dann halt direkt am stiel also überm auge im prinzip und dann dementsprechend das jetzt in wasser gestellt mal gucken was damit passiert so dann können wir den stock auch hier rausnehmen wie sie wollen weg damit ja es ist schon mal ja das coolste überhaupt dass es uns gelungen ist eine moringa wachsen zu lassen die zweimal jetzt schon aber nichtsdestotrotz ist es natürlich nach wie vor alles noch experimentell ne so die wurzeln sehen relativ gut aus nicht wirklich gut muss ich ehrlicherweise sagen das heißt ich mache zuerst mal weg hier ich muss mal kurz gucken was hier sache ist oder geht dich dahinter eben gucken was hier sache ist nicht dass wir hier das ganze über düngen das wäre natürlich fatal in dem sinne das sieht jetzt nicht so gut aus muss ich ehrlich sagen die spitzen war noch weiß aber doch etwas ja siehst du gut dass wir nachgemessen haben das war zu viel siehst du gut dass wir das dann auch mitgenommen haben heute wir liegen hier bei 820 mikrosiemens wie man das passiert ist ihr kennt mich ja ne kann passieren 820 mikrosiemens alter falter irgendwo drauf setze hier jetzt irgendwo platt so wasser reingießen können das mal auf das ist zu viel ja ach so ja wir wollten ja wissen ob es ja gut jetzt weiß ich es wieder wir haben das ganze ja höher aufgedüngt um zu gucken weil sie damals der nährstoffmangel hatte und hast du nicht gesehen aber das war jetzt tatsächlich ein bisschen viel muss ein bisschen reines wasser holen das einmal durchspülen und dann irgendwann das auf circa 600 auf wie was hier bei der auch gemacht haben also man sieht man kann auch schnell überdüngen obwohl die pflanze jetzt nicht wirklich angezeigt hat aber die wurzeln die haben uns das jetzt gezeigt wenn ihr das mit sehen konnte das weiß ich jetzt natürlich nicht moment ich hab's ja noch moment so ist das wurzeln sprechen bände also wir sehen zwar weiße spitzen ist soweit noch in ordnung aber wir sehen sehr wenig wachstum und auch die etwas älteren wurzeln sind nicht mehr weiß sondern ja gelblich im prinzip nichtsdestotrotz noch weißer spitzen war so die grenze kannst du bald sagen ja das kannst du echt sagen das ist die grenze gewesen denn wurzeln sollten schon richtig wachsen und das nicht gegeben ist dann hat die pflanze tatsächlich nährstoffüberschuss heißt sie braucht kein wurzelwachstum schränkt das dementsprechend ein ja also weiß bescheid moringa sollte man nicht zu stark düngen ja das ist eben das sowieso bei der ganzen sache was wir machen das herauszufinden was ist too much was geht was geht nicht von daher ja gut dass wir das heute mitgenommen haben also auch hier kandidat 4 bis 500 plus also plus um die 600 also da müssen wir uns jetzt ein bisschen auch rantasten im laufe der zeit noch aber das nehmen auf jeden fall jetzt so mit dass es kein stark zehrer ist sondern eher mittelstarker zehrer kann schon mal mehr wie 500 haben aber bei 6 700 ist dann tatsächlich die grenze wir gesehen haben ja was heißt die grenze sie ist gewachsen war alles soweit okay aber es war einfach zu viel hat man den wurzeln jetzt gesehen dass wir das mal kurz so mitnehmen können ja also es ist eine spannende geschichte wenn man das ganze langsam vertieft mit der moringa das ist sowieso schon mal eine coole sache dass uns das gelungen ist sie heranzuziehen in dem sinne aber jetzt dann tatsächlich ins detail zu gehen das auch sehr zu sehen sichtlich und werden auch hier bei der pflanze jetzt beobachten kontinuierlich wie die wurzeln sich hier entwickeln ich habe gerade drunter geguckt die weißen spitzen gucken unten raus ist soweit noch okay müssen auf jeden fall weiter beobachten das ist ganz wichtig dass wir das mitnehmen mit dem düngen das ist gerade bei solchen pflanzen die nicht einfach in anzucht sind was bescheid aber 4 bis 500 kannst du keinen fehler machen das wissen wir schon mal es kommt dann zu nährstoffmangel ganz klarer fall das wissen wir auch schon aber dann ein kleines bisschen mehr und nicht viel mehr oh man ich sag's dir bei der pflanze ist das schon ein bisschen fingerspitzengefühl aber okay der vorteil ist hier nach wie vor in der selbstbewässerung einmal wasser drin und wenn es läuft läuft und dann kannst du es immer so handhaben kontinuierlich befüllen mit der gleichen nährstoff konzentration das haben wir mittlerweile auch schon gelernt durch die ganzen experimente die wir gemacht haben weniger ist mehr und dafür regelmäßig ist besser als einmal zu viel so was jetzt hier hatten wenn du dann jetzt dementsprechend noch mal kräftig gedüngt hättest beim nächsten mal dann wäre vielleicht in empty gewesen dann wäre sie vielleicht kaputt gegangen tatsächlich weil die wurzeln diese hohe salz konzentration einfach nicht vertragen die können das wasser mit dem salz nicht mehr aufnehmen das ist ist nun mal so gegeben okay meine güte ich weiß war jetzt wieder mal viel theorie aber so jetzt komme ich mal kurz runter eine pause trinken käffchen und dann mal gucken wir gleich weitermachen im reich der pflanzen wir müssen noch mal ganz kurz hier um das mitzunehmen weil das ist mir jetzt auch sehr wichtig wir haben jetzt 42 mikrosiemens drin selber im wasser sind glaube ich 30 ungefähr etwas weniger das heißt das werden wir jetzt beobachten inwieweit der wert im laufe der zeit ansteigt um da eingreifen zu können denn ich habe schon beobachtet beim letzten steckling den ich in das wasser gestellt hatte da habe ich nichts nachgemessen nein aber dort sind algen drin gewachsen was wir im reinwasser ja im normalfall eigentlich nicht haben weiß bescheid okay da hatten sie damals auch 600 aufgedüngt da habe ich immer noch einen beschluck mehr reingegeben so jetzt habe ich wieder ein bisschen beruhigt ja warum beruhigt ist nur eine aufregende sache mit pflanzen ist wirklich so vor allen dingen wenn du irgendwas machst was nicht so alltäglich ist was werden wir als erstes machen spülen 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 so dafür brauchen wir reines wasser ganz klarer fall spülen wir das ganze jetzt ordentlich durch hier das ist ganz wichtig damit also die nährstoffe die salze hier herausspülen aus dem substrat das ist ganz ganz wichtig denn wenn die drin bleiben ist das nicht so gut wenn wir einmal überdüngt haben dann holen wir auch alles wieder raus ganz klarer fall so dann mal gucken jetzt mal gucken jetzt wie ich das jetzt hier hin bekomme im moment ziehen wir eben raus und dann gießen wir das wasser jetzt einfach hier raus okay so wuppdi wuppdi wupp siehst du wohl und jetzt können wir das ganze wieder aufdüngen und dieses mal mit ich messe es noch mal nach nicht dass ich einen fehler mache hier wir haben jetzt 560 560 mikrosiemens und damit können wir das ganze jetzt im moment erstmal wasserstandsanzeiger rein so siehst du wohl ne ja das sind so sachen die lernt man auch in der zeit ne wir waren bei 4 bis 500 damals zu wenig gewesen haben wir das ganze aufgedüngt auf 600 mikrosiemens und irgendwann hatte ich dann noch mal einen schluck mehr reingegeben und dementsprechend war das jetzt so hoch und wir haben gesehen die wurzeln wachsen dann nicht mehr richtig und das ist natürlich überhaupt nicht von vorteil so jib 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 sie ist für lange zeit versorgt das heißt sie brauchen sie eigentlich nur noch beobachten und gucken wie die pflanze jetzt auf diesen rückschnitt reagiert ich hoffe mal genauso wie diese hier denn auch das läuft ja wunderbar so sehe ich gerade können wir auch ein bisschen nachfüllen wenn wir schon dabei sind dann hat die auch wieder ausreichend drin hier machen das einmal voll ja so ist das im reich der pflanzen ich sag's denn man lernt ständig wieder dazu ne insbesondere bei pflanzen die nun wirklich etwas schwieriger sind in der anzucht müssen wir eigentlich jetzt mal langsam neu auch saaten machen aber ich würde es am liebsten draußen machen noch weil draußen können wir die pflanze natürlich kräftiger heranziehen vom frühjahr bis zum herbst aber erst Mitte Ende Mai vorher bringt das nichts bis zum herbst bevor es kalt wird und dann haben wir kräftige bäumchen kleine bäumchen die wir dann ins haus holen können um sie dann zu überwintern und gegebenenfalls im darauf folgenden Jahr wieder nach draußen zu pflanzen auch das alles möglich allerdings wir erinnern uns der letzte Sommer war ja relativ kühl gewesen also soweit ich mich erinnere nachts war es relativ kühl teilweise ja wir hatten zwar Trockenheit aber ja der Sommer war nicht der Burner und von daher schauen wir mal wie es mit den Moringa jetzt weiter geht ein kleines Update von dem Lampion Baum weil er so wunderschön wächst das ist so herrlich anzusehen nach dem Rückschnitt wie kräftig und wie schnell er vor allen Dingen jetzt wieder heraus wächst das ist also schon richtig cool anzusehen auch hier unten ist ein ganz klitzekleiner Austrieb hier der wird wahrscheinlich vernachlässigt denke ich mal von der Pflanze jetzt gehe ich mal von aus ein bisschen runter da könnt ihr den Wurzelansatz auch sehen können hier ja ist schon cool was diese Pflanze mitmacht das ist also richtig genial der Lampion Baum mal gucken ob wir den tatsächlich im Haus klein halten können dann wächst der sehr kräftig wie wir wissen mal schauen wir mal und jetzt ein Update der Alucasia Pollys ja unsere kleinen Babys die so wunderschön wachsen hier nach wie vor noch dunkle Blätter noch keine farbigen das ist die die wir zuerst damals hier reingesetzt hatten die ist erst vor kurzem angefangen zu wachsen läuft aber auch ganz gut mittlerweile und die anderen hatten wir ja erst ja in einer ganz kleinen Pfütze Wasser drin liegen bis wir was gesehen hatten und dann kamen sie auf das Vulcatec Actin Premium Substrat aufgelegt die Knollen ein bisschen bedeckt mit dem Substrat bis sie anfingen Wurzeln auszubilden und auszutreiben und dann haben wir sie eingepflanzt zwei haben wir davon übrigens noch ja also das läuft richtig cool dann kommen wir jetzt zu den etwas größeren da ist ja so gegeben bei dieser Alucasia Amazonica Polly die ist uns damals kaputt gegangen Blätter wurden alle gelb und dann haben wir sie raus geholt neu eingepflanzt und dann ist sie wieder gewachsen bekommt jetzt auch ein zweites Ballat mittlerweile und da wir von dieser Polly schon etwas gelernt haben hier dass die Knolle nicht ständig nass sein mag denn ansonsten fängt sie an zu faulen bis jetzt sehen die Blätter gut aus hier im Wasser ja im Wasser weiß Bescheid reines Wasser dort klappt es ja ich weiß ist schwierig zu erklären ist aber so ne so dann haben wir hier gelernt also ne da haben wir gelernt von der Pflanze dass wir diese Pflanze hier nicht mehr im Anstau halten das mache ich auch nicht mehr wie wir sehen es ist hier unten trocken mittlerweile vorher waren tatsächlich auch schon Algen drin und wir düngen auch nur noch ganzes Verhalten ganz genau kommen wir später zu also ich gehe fast davon aus dass wir hier auch bei 250 bis 300 Mikrosiemens liegen voraussichtlich auch ohne Leitungswasser aber das da müssen wir uns noch rantasten in der Hand haben wir erstmal so wie bei dem Pulica Granatum Nana in dem Sinne weniger ist hier tatsächlich mehr lass ruhig Mangelerscheinungen bekommen das ist vollkommen schnuppe da kannst du drauf reagieren ne aber wenn du überdüngt hast dann kannst du nicht mehr reagieren ne kannst du zugucken wie die Pflanze kaputt geht mit der Zeit ok das heißt also sie steht nicht mehr im Anstau das heißt aber auch wann können wir denn wieder gießen woher wissen wir das tja das sind jetzt Erfahrungswerte da müssen wir erstmal abwarten würde ich sagen ich gehe auch fast schon davon aus dass sie auch ruhig mal 1-2 Tage oder 3 Tage trocken stehen können ne denn ja sie haben ja wie sagt man so schön Speicher sie haben dicke Blätter dicke Stiele dicke Knolle auch richtig oder relativ dicke Wurzeln das heißt sie können auch tatsächlich Wasser speichern äh um sich daraus für eine Zeit lang zu versorgen aber das ist theoretischer Kram jetzt hier was ich erzähle ne weil da müssen wir uns rantasten jetzt ähm ich werde sie noch nicht gießen das Ganze weiter beobachten erstmal und gegebenenfalls dann wenn es notwendig ist wieder von unten gießen ganz wichtig dann in dem Fall ne dann können wir auch die Schale voll machen lassen sich das Substrat sorry voll saugen aber auf keinen Fall von oben gießen ne nur unten und wenn man merkt dass kein Wasser mehr verbraucht wird hier in der Schale Rest rauskippen und dann lassen wir sie einfach wieder stehen so lange bis wir sie dann wieder gießen müssen aber dann ohne Wasser im Untersetzer könnte ich eigentlich auch mal sauber machen jetzt ne nachdem wir das jetzt so handhaben ja könnte ich mal machen die Alucasia poly also wir haben schon eine Menge gelernt von der Pflanze das ist also ja manchmal heißt nicht wenn eine Pflanze kaputt geht dass dann alles vorbei ist ne sondern na gut ich reagiere ja auch ne von daher ähm das ist natürlich auch ein Vorteil für euch dass ihr das so mitnehmen könnt ne denke ich jetzt mir so ne oder was sagst du dazu ne nicht Pflanzen gleich wegschmeißen wenn sie kaputt gehen sondern tiefgründig hineinschauen und darüber nachdenken woran liegt es denn wie können wir das anders handhaben und vor allen Dingen auch wie kann man eine Pflanze retten in solch einem Fall ne ok schauen wir mal ob uns das hier tatsächlich mit der Poly dann gelingt auf jeden Fall richtig coole Geschichte mittlerweile die Alucasia poly zickt nicht nur bei mir rum das weiß ich auch von anderen dank Instagram ne ok ja ganz klarer Fall hast dir wahrscheinlich vielleicht jetzt auch schon Gedanken gemacht wir haben ja hier die Alucasia poly in der Anzucht hier im Anstau ne gut das handhaben wir so weil wir vorher noch nicht wussten dass wenn die Knollen ständig nass sind die auch anfangen können zu faulen interessanterweise scheint es aber bei den Kleinen noch nicht so ja erheblich zu sein in dem Sinne ja das sind nur Vermutungen weißt du es ist so dass ich das jetzt anders handhaben werde ja weil es besser ist ne wir werden es jetzt machen ich werde das Wasser jetzt einfach mal rausgießen hier denn das Substrat ist ja richtig schön feucht und dann lassen wir sie jetzt so stehen wir müssen natürlich darauf achten dass es nicht komplett austrocknet der Topf hier ist relativ klein wenn die Oberfläche hell wird dann gießen wir wieder einen Schluck Wasser rein so bis sich einigermaßen das vollgesaugt hat und dann gießen wir es wieder weg und warten tatsächlich bis gegossen werden muss ja also es ist so in der Handhabung dann voraussichtlich sinnvoller allerdings auch ein bisschen ähm intensiver die Pflege ne müsst ihr also mitnehmen dann ich werde es auf jeden Fall so handhaben jetzt um da auf der sicheren Seite zu sein so und dann ähm kann man das anders handhaben und zwar do it yourself self watering ich zeig's jetzt so nochmal kurz hier ähm hier ist es so dass das Ganze also in der Selbstbewässerung steht hier ne das Wasser wird nach oben gesogen der Topf ja der Becher ist relativ hoch und dadurch ähm wird nicht komplett bis oben hin alles voll gesogen ne man sieht die Oberfläche ist trocken trotzdem ist die Pflanze gut versorgt hier drin mit den Wurzeln das heißt also die Knolle in dem Sinne steht voraussichtlich relativ trocken ne also umso höher das Gefäß ist umso einfacher ist die Geschichte dann dementsprechend das auch mal kurz zum Rande mitgenommen ne jedes Behältnis gibt tatsächlich eine andere Gegebenheit auch das dürfen wir nicht vergessen ne okay dann haben wir jetzt noch die beiden hier die momentan noch hier drin stehen die sind jetzt auch am wachsen ich würde sagen die können wir dann auch jetzt rausnehmen ja vielleicht heute noch nicht ne aber jetzt die Tage und dann auch einpflanzen richtig damit sie also dementsprechend auch ne schicker wachsen können muss ich mal gucken wo ich die reinpflanze weil wir wollen ja immer was unterschiedliches machen nicht immer dasselbe damit wir auch sehen können welche Möglichkeiten es gibt dafür machen wir das ja auch hier ne ja so siehst du ne es kommt Höckschen auf Stöckschen plötzlich alles ganz anders als man vorher gedacht hat ne hier im Anstau zu halten ist natürlich in der Anzucht einfach aber du brauchst nicht ständig diesen aber wir gesehen haben bei der alten ne Polly war das so dass die Wurzel die Knolle verfault ist ne ja ob das relevant für die Kleinen ist das kann ich jetzt allerdings nicht sagen das heißt im Klartext ja ich weiß weiß Bescheid das heißt wir müssten eigentlich tatsächlich sie doch im Anstau halten um zu sehen ob das läuft oh weißt du was ey komm lass erstmal gut sein ne okay achso düngen tun wir übrigens noch nicht bei den Kleinen hier so ist das ne so kommen wir von Höckschen auf Stöckschen so pass mal auf wie gesagt die halten wir jetzt nicht mehr im Anstau deswegen hatte ich gerade einen Untersetzer geholt und wollte ihn gerade wechseln damit er mal sauber hat da schien wir etwas ein was vielleicht auch relevant interessant sein könnte es gibt ja Pflanzen die eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit brauchen um besser wachsen zu können auch gerade kleinere Pflanzen manchmal ne von Art und Art der Pflanze natürlich unterschiedlich äh wir kennen ja hier Untersetzer weiß Bescheid ne Untersetzer mit Löchern drin ne kann man das jetzt so sehen die meisten werden es kennen von euch ne die haben wir ja zur Anzug damals genommen um dementsprechend entweder für Bonsai oder halt ähm für die Anzug vom Weizengras im Winter für unsere Meerschweinchen hier ist jetzt so gegeben ähm wir haben hier drunter Luft ne und diesen Raum den kannst du jetzt mit Wasser füllen bis er voll ist ne mal gucken dass ich jetzt nicht zu viel rein mache wobei das eigentlich auch egal ist das kann eigentlich auch ein bisschen mehr drin sein lass mal auf ich gieße einfach mal dass man es mal so sehen kann ne dass also unten Wasser drin steht und bedingt durch die Löcher kann das Wasser ja verdampfen ne und dann stellen wir unser Schätzchen einfach hier drauf und da kannst du sogar noch ein bisschen mehr Wasser drin haben aber aufpassen dass es nicht aus dem ersten Untersetzer rausläuft ne lol weiß Bescheid ne logisch okay und somit haben wir dann gegeben dass wir also für dieses Pflänzchen eine höhere Luftfeuchtigkeit gegeben hat ne für Pflanzen die das brauchen ist auch das eine richtig coole Sache so okay ich glaub dann haben wir so das meiste und ich wollte eigentlich ein paar andere Sachen zeigen aber ihr wisst ja wie das ist ne das sollte eigentlich nur kurz gezeigt sein und dann eins zwei drei ist das ganze thematisch wieder doch aus weitend gewesen aber ich denke mal das ist ganz wichtig das wirklich bis ins kleinste Detail zu gehen ne weil dadurch nimmt man tatsächlich wesentlich mehr mit immer wieder mal etwas versucht und macht versucht und macht nicht lange lacht du weißt Bescheid wo sind sie denn? ach da haha hat er sie einfach versteckt ich guck jetzt gerade nochmal was wir jetzt hier drin haben ja lass sie sich kaputt mal eben schütteln wir haben jetzt schon so 50 Mikrosiemens hier drin ne bei den Moringa Stecklingen also das werde ich jetzt fortlaufend beobachten inwieweit sich das entwickelt und vor allen Dingen wann sich dort Algen bilden denn im Normalfall ist das nicht gegeben im reinen Wasser aber wir sehen jetzt schon die Pflanze gibt tatsächlich was ins Wasser ab und dementsprechend steigen natürlich auch die Nährstoffkonzentrationen in dem Sinne was die Pflanze abgeht geht ja ins Wasser und dadurch können sich dann Algen bilden ne ja auch das interessant mitzunehmen dass das jetzt eigentlich return geht erstmal ok müssen wir weiter beobachten vielleicht kann es auch sein dass die Moringa Stecklinge mit Nährstoffen im Wasser tatsächlich besser bewurzeln aber weißt du was da gibt es so viele Möglichkeiten die was man theoretisch machen kann aber wir probieren ja eines oder vieles praktisch aus um zu gucken was tatsächlich gegeben ist das heißt also auch die Alucasia Amazonica Poly hier das habe ich jetzt in Demonstrativ gezeichnet was es für Möglichkeiten halt gibt ne bei den beiden werden wir das jetzt so handhaben dass sie weiterhin im Anstau stehen bleiben ne Theorie und Praxis weiß Bescheid sind immer grundlegend verschiedene Sachen um zu gucken wie die Pflänzchen darauf reagieren wir haben ja noch die zwei die kann ich dann dementsprechend mal einpflanzen ich muss noch ein kleines Pöttchen dafür besorgen oder ich mache es auch mal wieder anders wie gesagt immer das gleiche ist ja auch blöd ne am meisten lernt man aus der Vielfältigkeit weil da kannst du ja auch ableitend immer wieder sehen wie wir es vorhin gesehen haben in dem Sinne ganz unterschiedlich je nachdem was für Töpfe man verwendet ähm sieht das ganze plötzlich ganz anders aus ne also pauschal irgendwas zu sagen ist nicht wirklich äh ja ich sag es mal so wie es ist ratsam weil tatsächlich die Gegebenheiten komplett anders aussehen können stell dich mal bitte scharf dankeschön ähm ja die Gegebenheiten sehen halt anders aus es ist nun mal so ne es gibt so viele Möglichkeiten und so viele unterschiedliche Gegebenheiten und von daher ja ok das wird jetzt so kompliziert weißt du was jetzt machen wir Schluss für heute morgen sehen wir uns wieder weißt du Bescheid hm oh man es ist so schön hier das macht so viel Spaß ja bei der Vielfältigkeit das ist also richtig heavy am liebsten möchte ich euch so viele Sachen jetzt noch zeigen aber das sprengt jedes Mal den Rahmen von daher es gibt ja auch wie wir gesehen haben immer wieder was Neues zu erzählen oder zu berichten oder zu sehen zu erfahren zu lernen sogar manchmal ne von daher nehmen wir das einfach so mit ok hab ich mich jetzt verabschiedet ne 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 weißt du wahrscheinlich winke winke bis ganz bald ok so dann kann ich gleich erstmal den Film fertig machen und dann geht es erstmal ins Bett wie immer nach draußen geht es wahrscheinlich heute nicht das heißt ich könnte dann hier drin mal ein bisschen was machen heute Nachmittag dann eine Stunde oder so ok 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 ok